Was willst du denn noch machen? Also ich brauch nix mehr. Mit Kabel oben doch. Ja, kannst du wissen, dass du vielleicht noch die... Ich zieh einfach noch ne Schneiserfer durch. Wer würde das nicht machen? Also der Macher. Der hätte ja auch alles aufgebaut. ешь... So, jetzt haben wir eine wunderschöne Treppe mit einem wunderschönen Gang. Senthus war es, Senthus war es. Nein. Nanananaananao Sicher? Ja, ja. So, ich tu jetzt den Tesseract in n Ding rein, ne!? Ich würde sagen, ich hol mal die Drives raus... und die Disketten, und bau mal unten auf. Mach das. ein bisschen mehr platz weil wir kriegen so viele käbel eigentlich ne ist ja nicht verkehrt die mitzunehmen kann man immer gebrauchen warum wenn ich eben noch ein bisschen was die anderen hast du auseinander geglückt das hast du vergessen ja ich muss auch scheiße drauf so muss ich das an die sortieren ist gerade so gut und dreimal 64 k dafür kann es wieder ein kabel will zum einige kommen jetzt dann geht es in kreativ mode ja warum fast tot gewesen nein deswegen deswegen dann und gucken was da oben ist ich war doch schon auf die schäfte lehrt natürlich aber natürlich jetzt eigentlich online heute schneider der zerstörung gemacht weil wenn man überlegt wie wir hier überlebt haben aber in dem anderen stellen man da auch an gut durchgerast ist irgendwie merkwürdig online man muss ja gucken wo ich das online schalte hier ja andere farbigen kämen nehmen oder sind hier belegt ganzen channel sind teilweise belegt du musst ja auch bitten naja muss ja auch immer gucken achten ne ja ich kann das auch hier ist mir keine schwuchtel geworden du hast gesehen in welchen Stelle er ist da wer 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 hat jede achso ja ja ich glaube die sind direkt überlegt so dann packe ich die ganzen 64 alle in einen slot rein haben wir diese viele festgelegt gehabt die ganzen vierer wieder schau mal sag mal was was denn ne ne ich hab grad ein bisschen rumgespielt und dann waren meine ganzen zons weglegen schon warum machst du das denn ich weiß jetzt meine ingames war noch wieder weg oh lol darf das natürlich arsch das war über zwei rein mhm so dann sehen die festplatten nicht so einsam aus haben sie über zwei ich glaube das war f3 t zum neuen laden für 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 ton ton m e du hast alles von ee ee reingeschmissen ne ja ok dann crafting monitor was haben wir denn noch crafting cpu course und units und einser können wir eigentlich auch noch hier aufbauen aber 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 ja mein kopf lachen was haben wir denn für blöcke das kommt fick dich sound fick dich sound was ist der fick dich sound hm ist das so ein richtiger hart gangstersound oder das ist doch eher so ein fick dich hart ins knie sound das weiß ich ja nicht nein ja kann man die netz setzen ja natürlich ist das nicht in game sound gewesen man ja 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 hali weiß es nicht alle wissen ne ahli nix wissen so machen wir die dinge jetzt am besten hier an da kann man auch nix mehr hin klatschen über platz haben wir denn unter der ding da bestimmt auch nicht mehr viel egal dann klatschen wir es einfach hier hin den kann man gut zum testen nehmen ach ja in der aufnahme hat auf jeden fall da geht die beiden me du hast sie ja auch noch sind könnte ich versetzen jetzt mal ein bisschen mehr platz und die chest die könnte achte chest das hensime system stimmt ja das sind also wissgleich keine items werden wir mit dingen haben okay und es wird richtig geladen das ist wieder richtig geladen ja ich sehe wenn du wieder aufschlägt ich habe einen hammer und dann gehe ich mal kurz das system zerstören ja die diesmal rausholen cables habe ich noch da müssen wir nicht mehr hin oder kann ich das von dem sitzen natürlich das geht die andere eben nicht andere ebene die jetzt immer die rein wasser ein habe ich jetzt noch was wieder drin du hast geradeaus weitergehen wenn wir die welt kommt die leitern die können das schon erfahrung mitgemacht da kenne ich irgendwoher nichts führen man muss halt diese scheiß erde hier wegkriegen jetzt wurde ich rausgekickt jetzt wird auch noch tiefer gefahren und nicht gestorben haben wir hier denn exx meint das brauchen wir brauchen wir wieder alles auseinander so weit ich hinkrieg ich wollte schon sagen eine wolle habe ich verlecke ich das gar nicht soo und soo so ähm die quest auf mir soll der sein? Lost Time den Leafy Waller haben wir jetzt Biosphere 4 Biosphere 4 und Enchanter ne den hatte ich doch einmal schon gebaut die Quest ist ja aufwendig lol ich hab das Ding nur gebaut gehabt einfach oh hier unten bin ich echt in Sicherheit geil aber es ist nicht den Lost in Space wo ist es denn drinne? Lost in Time ne? uiuiui ein Chamber jo nice Joe in the Tank ja ähm ich hab gleich das andere freigelegt dann kannst du dich runterporten ok ok schon mal gut ja ich mach jetzt grad hier das ME noch fertig ok man kann sich runterporten hehehe diese Flugsblöcke da sind Flugskristalle drin ganz viele von nice das ähm doch wie Kalkum aber das kann ich so gar nicht abbauen ne? scheiße ne das geht so nicht wir brauchen wahrscheinlich ne wahrscheinlich ne um eure Kalkum als ne weiß ich nicht keine Ahnung wenn ich was für ein Herdegrad hat ja ja das Problem also ich hab ich weiß nicht was hast du für ein Hammer ja ob sie ja dann lass mich gleich versuchen ich hab letztes mal die Spokalia mit Doc Bramium auch abgebaut ah ne stimmt gar nicht äh doch hab ich aber der Doc Bramium geht nicht mehr ich komm mal hoch ich mach die andere Quest jetzt seit dem Creator Back mhm so dann haben wir das auch Ding mal wieder fertig hier lass mal so hab ich noch Fackeln oder zum Beispiel stimmt noch also stimmt du hast jetzt auch noch Creator Packs bekommen stimmt ja ja wie viel hast du? 3 äh ich glaub wir die anderen mal ein paar Verschwendung mit den anderen zwei man muss die nach und nach alle echt reinlegen super kannst du mir deine zwei geben? kann grad nicht komm schon zu dir da hier so deep meine ganz guten Sahnen geh weg danke schönen Sahnen geh weg ja wusste ich ja nicht das ist sogar verschwindet dann so würd sagen topgelaufen Biosphäre 4 kann man das erst wieder reinpacken hey noch nicht reinpacken was? Biosphäre 4 nein die hab ich woanders reingepackt heute lauf in Sandmäh Die Heximate Quest ist auch fertig. Das ist echt so eine Verschwendung, das Teil. Exomite. Treibbar musst du echt alle fünf zusammen reintun. Ja. Schön. Hast du tolle gemacht. Warst du jetzt noch eins oder was? Warst du jetzt noch Greater Picks? Hm, generell alle noch. Wie, warum noch mal alle? Alle fünf. Ich sag das aus der Verschwendung. Ich tu die jetzt erstmal weg. Oh, und ich hab gesagt leg ich sie doch vorher nach. Das weiß man auch gar nicht. Hallo. Ja, aber jetzt hast du meine drei auch noch. Ja. Super. Super. Super, super. Ja, super. Wir hätten noch ein paar Picks haben können. Jetzt hätten wir nämlich fünfe gehabt. Aber nein. 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 Ich weiß. Nein. Nein. Ich zieh die Chessplatten hier an. Erstmal nicht. Tu die da hinten in meine Kiste rein. Hm? Tu die da hinten in meine Kiste rein. Da habe ich meist den ganzen Quatsch hin to. Da habe ich meist den ganzen Quatsch hin to.